Spielen. Zwei gegen ein, das ist so lustig. Leute! Ja! Siehst du das? Wer sieht was? Ich bin wieder runtergefallen. Ich hab's grad nicht gesehen. Aber du bist einmal gestorben, ja? Ja. Wo bist du runtergefallen, verdammt? Ist das unglaublich, Alter. Ja, aber wo? Ja, bei mir, da, links. Low Forest, low. Ich verletz dich die ganze Zeit. Ja, endlich mal einer tot. Oh, oh, du kommst. Warte Zeit, wann haben wir ein Knife? Yes! Nice, 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 nice. Du bist so ein Arsch. Wieso bist du schon wieder da? Gibt's doch nicht. Naja, wischt hab ich dich nicht, oder? Nein! Nein! Ich hab dich aber da gesehen, dass du da hinkommst. Ich wusste das. Wieso hast du das gesehen? Ich hab, äh, Wall-Hack-Ding. Wo sieht man die Titel? Nein, ich hab das... Ich hab das einfach nur mal geahnt, dass du irgendwie da langkommst, weißt du? Ja, ich wusste das auch. Warte, der kann von hinten kommen, ne? Ja, das glaub ich aber eher nicht. Er ist viel zu dumm dafür. Blue Team ist jetzt gewinnt. Die Lache schon. Er ist ja doch! Nein, die Schattenkopf! Klar bin ich da. Ah, geil, ich hab einen Granatenwerfer. Wieso hast du einen Granaten... Was? Er hat den gepauft. Ah, wieder dieses Shit-Teil da, ey. Du weißt schon, dass ich dich dahinter auch mit der Druckwelle wegfusten kann. Ja! Gut. Aber das Problem ist ja, wenn du da oben bist... Äh, Randgruppe ist runtergefallen. Äh, denn, denn... Weißt du, denn... Dann kann dich gar keiner kennen. Rest in peace. Ja, doch, klar. Doch, ja, aber weißt du, du hast keinen Boden. Also... Du musst auf den Rand schießen. Ja. Und drauf hoffen, dass der, der oben steht, nah genug dran ist. Aber es ist trotzdem viel schwerer, weißt du? Wer verfolgt mich da, verdammt, nochmal? Sniper, verpiss dich! Was? Oh, ich hab mich erwischt. Okay, okay. Auf meiner Map kann man ja Dings da... Auf der Map kann man ja sehen, wenn die Raketen fliegen. Alter, verdammt, wieso... Nein! Noch einer, der runtergefallen ist. Er macht mir... Er macht mir... Weiß ja, er macht mir nach. Nein! Definitiv. Ich seh euer beschissenen Dinger da fliegen. Ich sag euch, irgendwann geht euch die Munition aus. Ah, ich muss jetzt schon nachladen. Also... Ich hab Glück gehabt. Oh, ja. Ja. Erzähl ihn noch mal. Was für ein Killklauer. Lern's spielen. Wow, wieso bist du da runtergesprungen? Oh, schade. Ich wollte mal... Nein, meiner. Ich wollte mal einen Trick-Shot mit der... E-M-Sneak-Attack. 2-A-5-L-A-W machen. Trick-Shot? Was ist denn das? Was willst du mit deinem Trick da? Bringt doch eh nix. Was ist denn Trick-Shot? Keine Ahnung, ist mir aber auch ziemlich wurscht. Also, ich weiß, was das übersetzt bedeutet, aber... Was meinen die denn damit? Boah, du weißt das ganz genau. Ja, frag mich nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Last-Kill, 360. Ach so, sowas. Ja, aber man kann doch nur 360 als Trick-Shot machen. Ja, aber sowas ist das... Oder 180 oder sowas. Ja. Mein Gott, ey. Ich bring mich an, dann schieße ich dahin, wo der ist. Kann da nicht ganz sanft auf den Boden. In der Luft? Habe ich dich mit einer Rakete getroffen? Ja. Nice. Der erfreit sich so. Ja, aber wie selten ist das dann, dass ein Gegner hoch springt und du den... Und die Rakete eigentlich gar nicht treffen würde und der dann in die Rakete praktisch reinspringt? Ja. Das ist schon cool. Sag ich ja. Choral? Ey, so Kumpel, Blase. Komm, wo kommst du raus? Der ist aber auf unserer Base. Der ist aber auf unserer Base. Ja. Macht schon Spaß. Ach, scheiße. Das sind ja Granaten. Verdammt. Nein, weißt du, Babybälle. Ich krieg dich die Waffe. Danke. Ey, bleib mal... Hier, geh mal ganz nah am Rand. Ja. Ey, du. Du wirst sehen. Rache ist süß. Rache ist süß. Wie willst du dich runterschubsen? Ja, du wirst schon sehen. Du machst deine ganze Munition leer. Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. Ich bin in deiner Base. Red Team, reverse the Game-Score. Jesus, fuck. Du hast nur noch fünf Leben, Mann. Nicht im Ernst. Ich wirfte da. Hey, wie konnte ich denn? Was? Oh, nee, ich hab die Kante erwischt. So ein Müll. Oh, schade. Ich hatte gedacht, meine Rakete hätte deine erwischt. Und deswegen hättest du nicht die Selbstmord begangen oder so. Nein. Erwischt. Oh, nee. Eppich Ball? Was? Nein, ich wollte mit solchen blöden Granatenwerfern. Das war meine einfach normale Granate. Was? Granaten gibt's doch gar nicht. Ach nee, doch. Du hast ja mit deinem Setup-Kram da. Setup-Kram. Was weiß ich, was das ist. Red Team ist jetzt gewinnt. Hä? Also, wo ist der? Bin jetzt schon in seiner Base. Das gibt's nicht, ey. Ah, du hast immer noch nur fünf Leben, ey. Ey, schon krass. Ey, so passiert nicht so oft. Ey, wo kommt der raus? Oh, weiß ich nicht. Da ist oben. Das sind blöde. Granaten sind einfach viel schneller als meine Raketen. Da ist ja keine Munition mehr, ist sowieso egal. Da liegt ein Pack, da liegt ein Pack. Wo? Da, bei mir. Du bist sowas so blöd, mit fünf Leben da runter zu springen. Ich bin schlau, Mann. Ah ja. Aber das ist doch Standard-Bang, die ist doch auch... Standard-Skill. Standard-Skill, No-Skill. Er ist jetzt gewinnt. Sneak-Attack. Elite-Wolf. Rival-Killer. Puh. Hä, was? Nee. Du hast immer noch diese blöden Schuhe an. Sieht mir voll auf den Keks. Ja, ich hab nicht die blöden Schuhe an. Die wurden mir einfach zugefüßt. Und ich bin grad gegen eine unsichtbare Wand gelaufen. Ich glaub nicht, dass die Wand unsichtbar war. Ey, ey, Mann, Mann. Du bist schon wieder runtergefallen. Lass mich dich killen, dann krieg ich wenigstens noch Punkte dafür. Ja, Juni, glaub mir, ich mach das nicht mit Absicht. Nein, überhaupt nicht. One minute, Mann. Ohne Scheiß. Ich bin einfach viel zu dumm dafür. Ich geb's ja noch wenigstens zu. Holy shit. Zumindest hab ich dich jetzt noch verletzt gehabt. Wem? Wer da auch immer auf dem Dach gestanden hat. Ich, aber du hast mal deinen Schaden gemacht. Doch. Nein, ich hab noch 200 Leben. Das war ich auf der Treppe, war. Kann auch gut sein. Lol. Oh, Mann. Ich hab geahnt, dass du da nicht gehst. Du bist sowieso da langgegangen. Holy shit. Red Team is now winning. 10 seconds left. Verdammt, 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 verdammt. Nein. Ja. Nein. Nein, verdammt. Das ist doch so unmöglich. Ja, 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 ja. Leute. Leute. Ja. Ich bin wieder runtergefallen. Ja.